Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Tale Concerto und wir begeben uns nun nach Gritmo, nachdem wir im letzten Video die Archeonis gerettet haben vor den Black Cats. Und nun schauen wir uns mal das gigantische Schwert an. Naja, es ist wirklich gigantisch und es ist grün, famos und wie auch immer. Und hier sollen sich die Black Cats versteckt haben? Naja, innerhalb dieses Beides wahrscheinlich. Anders wird sie ja nicht gehen. Na gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Indem ich jetzt einfach gleich mal drauf lande. Ach, sieh ahn, da ist die Prinzessin! Yay, Prinzesschen, ich bin da! Prinzessin Teria! Waffle, let's go, shall we? Äh, wohin? Let's go? What's going on here? Ich habe versucht, sie zu stoppen, aber sie hat gesagt, dass sie mit uns kommen kommen. Ich entschuldige. Es ist mein Geil, zu confirmieren, dass die Information, die ich gefordert habe, korrekt ist. Außerdem, zwei Hände sind besser als eine, richtig? Hm, komm drauf an! Nein, es ist zu riskierend. Bleib hier, bis ich zurückkomme. Master Waffle ist absolut richtig! Bitte, nicht dieses alte Hände so schwierig. Du bist eine Prinzessin. Prinzessinnen lassen sich in Videospielen zu oft entführen. Well, all right. Ich werde gleich hier warten. Waffle, bitte komm zurück. Versteck dich aber am besten nicht, dass sie dich wirklich entführen. Ich kann es nicht glauben, dass sie sich mit uns flirten. Komm, 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 ich will sie auch sehen. Alicia, du solltest nicht auf sie spieren. Ich bin auf die Gegend! Hey, nicht so nah an ihn, du Schrapp! Die sind echt genial. So. Dann wollen wir mal gucken, ob was irgendwie auch hinkriegen, die zu finden. Aber wenn die von da geguckt haben, dann kommen sie wahrscheinlich von da hinten irgendwo. Okay, Butler, äh, pass gut auf die Prinzessin auf. Verstanden? Will, du lässt sie wieder entführen. Da ist ein Schild auf der Tür. Na, toll. Temporär geschlossen. Also können wir da nicht rein. Gut, gehen wir mal hier rechts rum. Ab in den Wald. Der Kristall fehlt. Das waren die Black Cats. Kätzchen. Es scheint aus, als hätten sie den Kristall gestohlen, der hier war. Nun, ich werde ihnen nachjagen und ihn zurückholen, diesen Kristall. Ja, schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen. Sind ja, Gott sei Dank, nur vier, aber... Was zur Hölle ist das für ein Beißvieh? Pac-Man für Fortgeschritten, oder wie? Sieht zumindest fast so aus. Okay, es ist auf jeden Fall sehr böse. Oh nein, aber jetzt sag mir bitte nicht, dass dieser White hier irgendwie ein Labyrinth ist. Ich hasse White Labyrinth, ihr seid Super Mario RPG. Oh, Scheiße. So, okay. Kann ich das Vieh überhaupt hier irgendwie besiegen? So auf jeden Fall nicht. Frag ich mich jetzt gerade wirklich? Ich mein... Ich sollte es lieber lassen. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, keinen Sinn. Also Schaden mache ich denen leider nicht. Na gut, gehen wir mal hier erst links lang. Sollte einfach nur nach diesen Katzen hier wahrscheinlich Ausschau halten. Und möglichst mich nicht beißen lassen. Und natürlich auch wissen, wo ich... Langgegangen bin und von wo ich herkomme. Ich werde jetzt mal hier lang gehen. Ich glaube... Okay, was haben wir da? Eine Box. Achso. Halt, bleib stehen. Bleib stehen. Okay. Was zur Hölle ist das für eine merkwürdige Box? Ich mein, wieso hat das eine Blume auf dem Kopf? Als wenn das nicht auffällig genug wäre. Aber irgendwie kann ich gar nichts damit machen. Oder lässt mir irgendwas fallen nach einer Zeit. Na komm schon. Gib mir was Nettes. Begreifen. Ah doch. Hau! Take that! And that! You black cat robot! Warum muss es Panta sein? Panta? Oh, Officer Waffle. Hm, das ist strange. Ich war nur ein schwarzer Kattenrobot. Wie geht's, Officer Waffle? Wenn du die Hörerinnen-Hörer berichten willst, bitte benutze meine Radio. Wunderbar. Haben wir das auch soweit? Aber echt schon drollig, dass Panther sich da wirklich in einer Box mit einer Blume auch noch wirklich versteckt. Ich meine, wie unauffällig oder wie auffällig kann man sich verkleiden? Naja, Panther eben. Okay, noch mehr Katzen. Ja, und sogar Knochen. Ah, okay, diesen Knochen hole ich mir gleich. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich die Katzen kriege. So. Okay, keine der Katzen hat irgendetwas versteckt. So. Wenigstens wieder Leben. Na gut, folgen wir dem Pfeil. So, gibt's noch einen Pfeil, der irgendwo hin zeigt? Ja, hier zeigt er lang. Na gut, dann gibt's hier also nichts brauchbares. Dann muss ich wohl hier runter. Oh nein, noch mehr Katzen. Okay, und noch mein Knochen. Oh, bissig. Hier ist aber sonst auch nichts. Kann man diese... Obwohl, halt. Diese eine Katze noch. So, hab ich euch. Hey, diese Katze hat etwas weiß ich. Ah ja, der rosa Kristall. Oder lila Kristall. Wunderbar, haben wir den auch schon mal. Würde mir nicht wundern, wenn gleich die Black Cats kommen. Also, Alicia, Alicia und die anderen. Okay, aber den Kristall haben wir schon mal. Und dann können wir wenigstens wieder zurückgehen. Master Waffle, wir haben ein seriöses Problem. Lass mich raten, ich hab drei Versuche. Ähm, ich versuch's beim ersten Mal. Die Prinzessin ist entführt, die Prinzessin ist entführt und die Prinzessin ist entführt. Was ist das Problem? Ich habe meine Augen aus der Prinzessin für einen Moment genommen genommen und sie ist weggekehrt. Was habe ich gesagt? Das war doch zu offensichtlich. Sie hat wieder von der schwarzen Katze getötet. Oh nein! Hör, bleib hier. Ich werde schauen, was passiert ist. Wie pathetisch, Waffle! Hey, der Butler hat sie verschwinden lassen. Er war unachtsam, nicht, Waffle? But, I'm not a guard. Well, anyhow, this assignment is obviously too much for you. I'll take over from here. Du wirst eh nicht weit kommen. It looks like somebody already forced the gate open. I know you're in there, black cats. Prepare to meet your maker. Der ist auf jeden Fall... Böse. Ich hab dich gewarnt. Na gut, Leute, auf in die Schlacht. Der verbotene Wald, oje. Ach, sieh ahn, er hat sich in den Schlamm verlaufen. Tja, geschieht ja recht. Hey! This is quicksand! Oder treibsand. Hä? Don't you see what I'm trying to do? I sacrificed myself to warn you of this trap. Noch dümmer kann man nicht sein, oder? This time you take the lead. Go, Waffle! Und wie willst du da wieder rauskommen? Na gut, dann... Bleib mal schön da und versinke, wenn ich den nicht retten soll? Sie wurde nicht entführt? Oh, Waffle. You shouldn't be walking around alone. It's dangerous to go alone. Take this! I'm sorry. I saw the three sisters, so I followed them. What? You saw Alicia and her gang here? Yes, I'm sure they came this way. Alicia! What's the big idea of stalking Waffle? What about you? Stop getting in the way of Waffles' work. What did you say? Hey, calm down, both of you. On second thought, this is all your fault, Waffle! Cause you're flirting with her! Uh... Ich widerspreche! Wait just a minute, Alicia! I'll straighten you out! Whoa! Princess Terrier, stand back! Na gut, Leute, es wird wieder Zeit für einen Bosskampf. Yay, wie ich das vermisst habe. Scheiße, ist das mal gut geworfen. Oh je. Moment, wo ist die Bombe? Scheiße. Okay, ich brauche diese Katzenbombe. Wunderbar. Okay. Wo sind diese Katze? Wow. Ist böse. Also ich sollte mich nicht darauf konzentrieren, irgendwie die mit Blasen zu beschießen. Damit komme ich nicht weit. Ah, scheiße. Ich sollte nämlich diese Bombe nehmen, bevor ich hier platt gestampft werde. Nein, das war in falsche Richtung. So. Na, ich kriege diese Bombe nicht. So, und, nimm das. Scheiße, das war zu spät. Okay, ich habe ein Problem. Ich brauche unbedingt, ich brauche unbedingt eine Katze. Äh, nein. Ja, eine Katzenbombe. Scheiße. Hier mit zu treffen ist auch nicht ganz so einfach. Moment, die Bombe liegt da auch noch so. Hier liegen mehrere. Das klingt ja gerade wie eine förmliche Einladung. So. Hier nach vorne nehme ich auch noch mit. Habe ich dich. Und. Nimm das. Nein, ich hätte wohl doch lieber einfach mal drum rum gehen sollen. Nein. Okay, das geht tief. Scheiße. Da habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, dass ich da runter falle. Das war sehr böse. So, okay. Äh, Moment. Ich will diese Bombe hier drüben noch nehmen. Ah, scheiße. Ich habe sie nicht gekriegt. Ich muss hier aber auch echt ständig in Bewegung bleiben, wenn ich das hier irgendwie schaffen will. So. Sehr schön. Habe ich dich. Und. Nein. Das war falsch. Scheiße. Okay, diese Bombe kann ich vergessen. Moment. Oh, drei Bomben schon hier. Ja, die gehören mir. Die gehören alle mir. So, und. Perfekt. Das Ganze kann allerdings hier noch ein bisschen dauern. Da ist einer. Ja, scheiße. Ich kriege sie nicht. Das ist aber auch echt wies. Jetzt liegen die ganzen Bomben dort vorne. Und die Kamera ist hier richtig scheiße. Okay, aber ich habe sie. So. Na also. War doch ein leichtes. Oh. Werf doch. Was war daneben? Na gut. So, komm her. Na. Treffen muss gelernt sein, Leute. So, jetzt aber. Okay, die Bombe ist weg. Oder? Ja. Oh, nee, die liegt ja genau an der Kante. Ach du Scheiße. Aber wenn ich die kriege, dann. Jetzt muss ich echt vorsichtig sein. Na also. Und ich habe dich. Und. So. Okay. Jetzt muss ich nur wieder auf Bomben warten. Oder ich hole mir die da hinten wieder. Eins von beiden. Irgendwo hier lacht nur noch einer. Ach. Ich habe keinen Bock zu suchen. Ich wollte überleben. Und ich hier irgendwie durch diese Katzen hier. Erledigt werden. So. Perfekt. Und die Hälfte habe ich schon fast. Oh. Nein, 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 nein. Genau. So. Nun geht es euch an den Kragen. Oh, ja. Ah. Perfekt. So. Äh. Hier wird auch irgendwo auch noch eine Bombe. Wo ist sie? Hätte doch nicht die runtergeflogen. Oh, so ist Scheiß drauf. Dann nehme ich doch lieber die. Die ist in dem Fall weitaus gesünder. Oh, oh. Das war daneben. Das war ganz klar daneben. Diese Katze, also dieser Bosch hat es schon in sich. Aus dem Grund, weil ich hier echt so scheiße ziehen kann. So. Vor allem die Kamera ist hier teilweise auch schon ziemlich böse. Aber gut, was soll's. So, und. Wunderbar. Ja, ich habe getroffen.